Musik Hier im Berliner Tiergarten beginnt unsere Fernsehfunk-Saison. Seit Jahrzehnten ist das Karrillon einer der beliebtesten Traditionen und wird heute auch noch wöchentlich bespielt. Gerade zu Ostern kann man ganz besondere Klänge von den handbetriebenen Glocken hören. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das Glockenspiel. Es spielt Jeffrey Bossin. Viel Vergnügen! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020